Ich lerne Deutsch. Nummer 13456 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist kein Problem. Ich kann heute kommen. Passt Ihnen 17 Uhr? Wie beeinflussen emotionale Entscheidungen unser Leben? Sie hat den ganzen Tag nichts getan. Sie hat den ganzen Tag nichts getan. Betont, dass die Person den ganzen Tag untätig war und keine Aufgaben erledigt hat. Ich bin auf den Winter vorbereitet. Gefällt dir meine Mütze? Ich bin auf den Winter vorbereitet. Gefällt dir meine Mütze? Ich bin auf den Winter vorbereitet. Gefällt dir meine Mütze? Das solltest du auf keinen Fall tun. Ich kann es nicht akzeptieren. Fortschritt ist eine Verbesserung oder Entwicklung, die als positive Veränderung angesehen wird. Ich bin so müde. Das dauernde Homeoffice gefällt mir nicht. Ich bin so müde. Das dauernde Homeoffice gefällt mir nicht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Vielen Dank.